So, herzlich willkommen zu einer Runde des Ultimate Epic Battle Simulators und wir spielen heute ein Spiel, das ich gar nicht wusste, dass es hier auch gibt und zwar nenntet es jetzt FPS Invasion und soweit ich das verstanden habe, ähm, sind wir hier mit ein paar anderen Soldaten an Omaha Beach und wir werden von Zombies angegriffen. Genau, hier sehen sie oben, Current Round, Zombies, 100 Zombies, 5 Soldaten, von denen ich einer bin und wir warten jetzt einfach darauf, dass wir von den Zombies angegriffen werden, um sie dann abzuschlachten. So, ich spring mal kurz hier hoch. Ach, das geht gar nicht, oh, dann lasse ich es natürlich. Wo sind die Zombies? Ich kann denen hier auch Befehle geben. Ähm, okay, folgt mir mal. Schön mitkommen, ja. Kommt ihr? Ähm, Jungs, komm mal mit. Ja, jetzt müssen wir die Zombies halt finden. Das ist das Ding. Ah, da unten sind welche. Da unten sind die. Okay. Ähm, Hold Position. Genau und Attack Target. Und ich werde natürlich meinen Teil auch hier tun. Oh, das ist echt cool. Und das müssen die letzten sieben sein hier. Ja. Okay, 70 Kills habe ich. Easy. Oh, was ist das denn? Ein Health-Paket. Oh. Sind das Zombies oder? Sind das meine Jungs? Das sind meine Jungs, oder? Kann ich denen jetzt auch Befehle geben? Oder verteidigen nur den Drop? Äh, Rally? Ja doch, wo sind meine Männer? Kommt mit. Nice, dass ich jetzt hier statt vier Mann schon sechs Leute habe. Okay, langsam werden es ein paar viele. Und muss ich tatsächlich gleich mal hochkommen zu meinen Jungs. Oh ja, die wir rennen uns bald. Okay, okay, ja, alles gut noch. Alles gut. Oh, das ist auch schon knapp. Was auch schön ist, dass die Zombies schön langsam laufen. Wenn die so mega schnell wären, dann wären wir schon längst tot. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah, jetzt kommen auch schnellere. Jetzt kommen unterschiedliche. Ist das dumm. Nein, 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 nein. Oh Gott. Und ich halte auch noch mehr aus. Okay, da kommen eine neue Horde von Runnern. Oh, da kommen richtig viele von denen. Shit. Oh, nee. Jungs, ich brauche euch eure Hilfe. Die Runners sind echt gefährlich. Oh, nee. Nein, ihr dürft nicht sterben, Jungs. Ich brauche euch doch. Nein! Äh, Rally, Rally, Rally. Kommt, kommt, kommt. Und einfach pist euch und da. Okay. Wie noch bist du? Ich weiß nicht, aber die haben auf jeden Fall ordentlich kassiert. Okay, es sind nicht mehr so viele Zombies. Noch knapp 200. Das ist neu, ja, mit links. Lol, Shotgun. Ich hab ne Shotgun, Jungs. Oh, yeah. Kommt, die besser nicht in die Quere. Alter, ist die stark. Ach, da gab's eine davor, in den Dingern auch schon bessere Waffen wahrscheinlich. Und ich hab einfach nicht dran gedacht. Lol. Jo, ich hoffe, ihr macht's da oben, ne? Ich kümmere mich um die hier unten. Aber die geht zum begrenzten Muni. Ah, interessant. Kann ich irgendwie auf die andere Waffen noch switchen? Ah, jo. Kann ich echt? Und die hat unendlich. Ja, okay, dann geh ich jetzt mal auf die. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ah, interessant. Essen durch die Masse. Kommen sie langsam vorwärts. Och, nee. Nicht schon wieder da rein. Mein Team braucht mich doch. Okay, für da drüben ist erstmal gar kein Thema. Hier spiele ich jetzt die Musik. Okay, aber wir haben's fast. Es sind nur 50 Zombies. Gar kein Thema. Oh. Leute. Schön, ihr schafft es. Ich glaub an euch. Und ich hoffe, dass ich's hier schaff. So ganz alleine, ohne Armee. Wow. Junge. Erstreckt mich doch nicht so direkt. Ganz ruhig. Es kommt von da Run an, von da normale. Eie, ey, die Team wird schon. Die werden taktisch auch besser. Okay, aber wenn ich sie so positioniere, dann spielt es keine Rolle. Weil dann kommen alle von der Seite. Dann kann ich hier rein spammen und dann passt alles. So, wie schaut's bei euch aus? Bei euch ist alles bisher entspannt. Wobei die Rechte weit vorgekommen sind. Aber es sind noch alle 12 Soldaten. Okay. Ihr übernehmt kurz die Flanke. Keine schlechte Arbeit, Jungs. Ich schau nur, was dazu kommt. Auf uns. Na gut, ihr übernehmt die Flanke. Ich übernehme hier. Okay, da kommen wieder ein paar hoch. Aber so viele sind es gar nicht mehr, dass die gefährlich werden könnten. Selbst wenn alle übrigen hier hochkommen würden. Okay, es ist nur einer. Ja, der wurde mir in der Tat nicht gefährlich. Ja, dann ist der Rest wohl da hinten. Irgendwie so treffen die so kacke. Wenn ich mir jetzt hier so die Schüsse mal anschaue. Die schießen alle daneben. Die treffen nichts. Äh, treffen die? Ich schau mal kurz. Treffen die die? Ah, das ist einer hier hinten umgefallen mal. Okay. Ja, so ab und zu. Aber wenn ich da einmal rein sprayt, treffe ich so 10 mal so viele, wie die 12 in der Zeit schaffen. Das ist ein bisschen enttäuschend, würde ich mal sagen. Also, für die so. Für meine Soldaten. Für mich auch, weil es sind ja meine so. Aber, ne? Ich hoffe, ihr wisst, dass sie meinen. So, da hinten. Oh, shit. Okay, Jungs, kommt. Alle mir nach. Das wird hart. Weil da sind ja sehr mega viele Zombies. An dem ist es erst mal vorbei. Kommt, Jungs, beeilt euch. Unsere Jungs werden hier überrannt. Okay. Okay. Oh, hoppala. Ja, wir müssen weg von hier. What? Ich bin gestorben. Oh. Ja gut, also. Wir haben Runde 6 geschafft. Geht es weiter? Respawn ich einfach, oder? Ah, jo. Respawn hat auch hier oben. Alle? Jo, wir respawnen zu 12. Wieder hier. Das müssten alle sein. Vor allem auch so geil. Kein Zombie kann mich töten. Aber diese, äh, Minen am Boden. Keine Chance. 1000 Zombies, mach ich. Aber, ne Minen am Boden, absolut tödlich. Oh, ne, da unten sind noch welche. Okay, Jungs, kommt. Wir müssen die retten. Wir müssen die retten, das ist unsere Pflicht. Was machen die da oben jetzt? Oh, Gottes Willen. Ist das ein koholischer Haufen? Jetzt schaffen die es mir nicht rund. Und die einen gehen da hinten runter. Ich fasse es ja nicht. Oh, oh. Gut, Papi hat Aua. Papi, oh Gott. Nein, ich sterbe da hinten, dude. Komm, das schaffst du, oder? Wo liebste? Nein. Ein Soldat ist gestorben. Verpisst euch von meinen Jungs, ey. Äh, ihr habt mir meine Soldaten genommen. Mein armer Soldat Nummer 14. Oh, ne, ein Soldat ist noch gestorben. Nein. Nicht auch noch Soldat 13. Nein, ich hab schon wieder zwei Soldaten verloren. Kacke. Nein, meine Jungs haben Probleme. Das ist ein bisschen risky, weil wenn jetzt hier gleich eine Sackgasse ist, bin ich halt gefickt. So. Aber es sieht gut aus. So, ihr macht die da oben weg. Ich mach die hier unten weg. Oh, ne, da kommen Runner. Ich muss zu meinen Männern. Da schon wieder ein gestorben. Nein, von der anderen Seite kommt auch noch mein Runner. Nein, 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 nein. Verpisst euch. Komm, schön brav weg. Komm, haut ab. Keiner mag euch. Äh, äh. Boah. Äh, nicht gut. Sieht gar nicht gut aus. Jungs, wieso sind die so schnell? Also, ja, sie heißt, ein Runner macht schon Sinn, aber. Wenn die nicht irgendwie so 10% langsamer sein, können wir alles gar kein Problem. Oh, ne, nur noch neun Mann. Was? So, Runde 7 haben wir auch überstanden. Ein Zombie lebt noch. Ach, ne, die werden schon beschossen hier. Nein, Jungs, haltet durch. Na komm, vergesst ihn, vergesst ihn, vergesst ihn. Wir müssen uns jetzt retten erstmal. Alright, alright. Bisschen viele, nur noch sechs Soldaten, oh Gott. Fünf. Es wird nicht besser. Bin auch gleich tot. Wo ist deine Lootrop hier jetzt? Warum ist der weg? Ich brauche noch neue Muni und sowas. Ein Thiel, da habe ich es bekommen. Weiß nicht. Oh, ne. Ja, das war's. Gut. Ja, tschüss, Leute. Ich bin weg. Viel Spaß euch beiden noch da. Dir noch. Oh Gott. Da komm mal raus. Okay. Ja. Ich logge die weg. Okay. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Du bist tot. What the hell? Schwert. Oh yeah. Ich weiß nicht, wie ich das gerade ausgewählt habe. Um ehrlich zu sein. Aber das ist ja sauer. Nice. Ich mach einfach schaffstück aus denen. Die können wir gar nichts. Warte. 2, 3. Ah lol. Ah, okay. Lauf, lauf, lauf. Was ist das denn bitte für eine Waffe? Ui. Hohoho. Die geht ab. Aber nur 1000 Schuss. Okay. Geil. Alter. Die hat Schmack ist dahinter. Sieht voll gut aus. Meine Gewinnchancen. Da hat die Furcht, würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt nicht so gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung und sowas. Aber so 90 bis 200 Prozent würde ich schon sagen, wa? Oh yeah. Das ist geil. Wenn hier so richtig viele sind. Uff, das geht ab. Also ich bin auf jeden Fall Elitekämpfer, ne? Die Spartaner aus dem letzten Part sind dagegen gar... Oh nee, jetzt kommen die... Jetzt kommen die Flotten. Da ist am besten die Shotgun, würde ich mal sagen. Weil die die auch ein bisschen zurückboostet. Das heißt, wenn sie sich nicht direkt killt. Jetzt einfach mal für die Schnellen die Shotgun leer böllern. Und dann nehme ich für den Rest, wenn ich wieder Zeit habe und entspannt ist, dann nehme ich das Schwert. Ey, wenn es nur die Langsamen, dann könnte ich einfach alle durchslicen hier. So wie jetzt... Wo ich erst mal dreimal kassiere. Okay, langsam muss ich ein bisschen aufpassen. Ihr habt nur dreimal ein Tapet. Ah, shit, da war einer in mir. Ja, okay. Also ich würde sagen, es geht zwar jetzt theoretisch noch weiter, aber 8 Runden ist auf jeden Fall grundsolide. Als Falte kann ich sagen, der Spielmodus ist recht lustig. Wenn auch relativ stumpf. Also ich habe den jetzt eine Stunde lang gespielt, ungefähr. Ja, so ein bisschen mehr. Es ist schon relativ stumpf, das draufgeballert eigentlich. Aber macht Spaß und zwischendurch mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Bis dann.